Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale Mal wieder. So lange ist das hier noch gar nicht her. Ich furcht auf die Riesentruhe bei meinen Aufgaben, wenn das jetzt mal laden würde. Cool, drei Spende waren. So viele Millionen darf ich jetzt in den Anruf holen. So lange geht das für den nicht gehen, mindestens 20 Minuten kommt drauf an, wie ich spiele. Spenden tue ich immer, wenn ich die Strube nicht brauche. Warum gibt mir einen Minipäcker, der sie entdeckt? Nein, ich kriege ihn sowieso gespendet. Das ist ja immer klar. Das ist aber nicht. So lange ist meine. Ah, hier. Ja, geh jetzt schon ein Peck, habe ich das gerne bekommen. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr. Ah, nein. Ich habe drei Karten. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn jetzt mal über den Gatt und klotze mal jetzt mit dem Entdeck. Ach, Ritter und die Kanone. Und was noch? Ritter und die Kanone. Ritter und die Kanonen. Ritter und die Kanone. Das war Tieren. Das war Tieren. Gibt es nicht? Gibt es. Hm. Ja, okay, dann muss ich hier besuchen. Ja, oder? Schwer wird es. Oh, man kann ohne Ende spielen. Oh, Puppe, Puppe. Was? Ja. Was ist das? Was ist das Puppe? Was ist das Puppe? Was ist das Puppe? Was ist das Puppe? Das ist das Puppe. Was ist das Puppe? Ja. 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 Oh, ja. Oh, ja, das ist ein bisschen glücklich. Ich glaube, das ist ein bisschen glücklich. Das ist der Ball, der erste in der Hand. Das ist die erste Kartein, die ich nicht in den Weg bin. Das ist die ganze Tür. Ich bin der Einblut. Das ist die Idee. Das war ja. Ich guck mal, ob das nur für Trophäen oder für Siege geht. Und eine Karte dabei sein, die ich vielleicht brauch. Oh, dann kann ich mal holen. Und die kriege ich auch keine Karten. Ich habe den letzten Mal, dass ich gekämpft habe. Ich habe vergessen, privat zu spielen. Hat auch keine Lust, hat so viele Roblox gespielt. Das hat sie ja bestellt. Ich habe mir das jetzt zu viel, als ich von da hochgeladen habe. Aber ich habe auch zwei Säuren gefunden, wie sie dann in der Karte gefunden hat. Ja. Ja. Und dann... Ein zu groß war mit dem Winni-Pick, aber die hatte ich gerade nicht parat. Und ich habe auch lange die anderen gestaucht. Ich habe ihn mit verteidigen. Nein, ich rückwärts. Ich muss mal rückwärts. Ja, ich ziehe mir, dass ich hier den großen Römerkobald in die Säcke. und die aftbar und die aftbar und die aftbar und die aftbar und endlich immer wir können jetzt schon die 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 Das ist nicht voller. Das ist nicht krank. denn kann man jetzt bitte nicht Ja, aber der hat sich was gekauft, das habe ich zum ersten Mal gesehen. Aber das sah mega süß. Oh, das ist doch wieder rausgekommen. Ah, das Deck ist... Ja, das ist nicht noch alles in Ordnung, aber... Wenn man einen Teammitglied hat, der mit mir kämpfen kann, dann wäre das besser. Der hat voll das teure Deck. Oh... 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 Das war's für heute. Ja, ich glaube, die Lieders werden jetzt immer punktlich schön sein. Ja, ich glaube, die Lieders werden jetzt nicht mehr, die Lieders werden jetzt nicht mehr. Die Lieders werden jetzt nicht mehr, die Lieders werden jetzt nicht mehr. Oh, oh, oh! Nein! Auf die Tür! Gefahr! Was soll er lassen? Nein. Und der ist in der X-Bahn hier rum. Ah, kannst du direkt auf die Hina verteidigen. Das ist praktisch! So direkt, wenn wir endlich verloren, dass er so schnell rauskommt, oder? Du kannst nicht mehr. Oh, das ist toll. Das ist toll. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr dabei bin. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr dabei bin. Oh, das ist ein Götzlück! Was ist ein Götzlück? Das ist ein Götzlück! Das ist ein Götzlück! . 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 Jetzt muss ich was mitnehmen, man kann man das Elke anfangen. Ganz nix! Okay, am I so much in the desert? I am so much in the desert. Jetzt, drz., 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 drz.